Hallo und willkommen zurück bei Castellator. Euch begrüßt man wieder Munch Odyssey. Unser guter Munch lebt wieder und... Haha, ihr glaubt es nicht. Ha! Nach einem kleinen Neustart des Spiels ging es wieder. Was mich im Übrigen sehr freut. Okay, listen up! Hey, Abe! Okay, listen up! Hey, 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 hey! Was ist passiert, Abe? Nach einem kleinen Neustart haben wir unseren Munch offiziell wieder. Huch! Ach ja, wir müssen die Fuzzles auch noch retten, ne? Gab's da eigentlich einen Kreis? So einen kleinen Vogelkreis? Nein, ich glaub nicht, ne? Hm. Oh, ihr seid so fucking süß! Ihr seid so verdammt süß! Oh, das bricht einem das Herz. Wuhu! Ich glaub, ihr seid nicht mehr ganz frisch da oben. Ich suche, ähm, ein Remote-Teil. Ah, da ist es ja. So, was tun? Erstmal unsere Scharfschützen hier ausschalten, ne? Das ist am wichtigsten. Ich glaube, zu erkennen... Ähm, okay. Haben wir einen Zepper? Haben wir einen Zepp? Nee, ne? Nein. Okay, erstmal mit den Jungs aufräumen. Ihr fass, es bleibt zum Glück da. Erstmal aufräumen. Ist da gerade ein Mudakin gestorben? Und wie machen wir das jetzt auf? Das ist jetzt das Rätsel dieses Levels. Umgucken. Glaub ich mir mit Mönchshilfe. Ja. Ähm. Bleibt er jetzt offen? Anscheinend ja. 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 Ich habe das Gefühl, dass keine Mudakin gestorben. Oder zwei. Oh mein Gott, sie sterben wirklich. Und ich auch. So, Jungs, probiert nicht zu sterben. Oh mein Gott. Das lief nicht wie gewünscht. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Er hatte mir eher gewünscht. So von wegen... Tod? Noch mit Tod. Todes Lix. Irgendwie kam es dabei heraus. Toter Ape, Toter Mudakins. Er hat mir überhaupt nicht mehr gewünscht. Nein, nein, nein. Das habe ich mir überhaupt nicht so vorgestellt. Ich dachte schon, 20. Okay. Erst mal Ape wiederholen. Ja, danke. There's my buddy. That's good going. Das habe ich mir überhaupt nicht so vorgestellt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Acht. Kannst du? Ja, musst du näher ran. Oh, das ist doch scheiße. Ach, Mann. Müssen wir echt farben gehen? Oder welche finden? Ah, das ist doch echt scheiße. Ja, das ist Merz. Das ist totaler Kunkquatsch. Irgendwie wird mir halt voll warm. Mir wird sogar heiß. Das habe ich den Backhof mal gelassen. Ach, so eine Scheiße. So eine Scheiße. Müssen wir fahren. So ein bisschen. So nett aber auch, ne? Weißt du was? Ich schalte euch einfach gleich dazu. Ich mache einen kurzen Schnitt und ich gehe jetzt mal kurz fahren. Bis gleich. So, hier bin ich wieder mit meiner Armee. Mit meiner wunderbaren Armee bin ich jetzt zurück und manch. So. Jetzt machen wir euch aber fertig, ihr Arschlöcher. Jetzt machen wir euch fertig. Redet auf der Brücke? Ja, okay. So. Mal kurz überlegen. Also erstmal kurz Überblick verschaffen. Hier müssen uns auch noch die Fuzzles hier rein, ne? Wir haben zum Glück kein Fuzzle geopfert. So, wir machen uns auf den Weg mit frischem Leben. Die letzten fünf zu töten. Ich glaube keiner ist gestorben. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Perfekt, so, Munch Geht jetzt mal auf Fuzzle zollen Gut geplant, ne? So, wo seid ihr, kleinen Süßen? Da seid ihr ja Oh, ihr sind so süß Oh Oh Sie sind so schnucklig süß Kommt alle mit Kommt, kommt, kommt Ich bin ein bisschen langsamer Damit sie mir auch richtig folgen können Wir haben es ja schon mal erlebt Sie können sich auch mal gerne festhängen So, jetzt hoffe ich, ihr seid Wir haben hier sechs Fuzzles gerettet Ging es noch wunderbarer? Ich glaube nicht Ach, jetzt kannst du wieder schneller Naja, natürlich muss der Teleporter aktiviert werden Kann er eigentlich im Rollstuhl so bleiben? Das wäre jetzt mal interessant herauszufinden Anscheinend Ich weiß nicht, ob ich sie retten muss oder nicht Bin mir nicht sicher Bin verwirrt Ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt auch noch da durchspringen können Wir probieren es erstmal aus Nein, hier ist tatsächlich nur Oh cool, er wird aus dem Schlurost teleportiert Aber wir haben alle Fuzzles gerettet Keiner ist gestorben, also Ist mein Rätsel Keine Ahnung Weiß ich nicht Boah, wo sind wir denn jetzt? Haben wir ihn nicht schon mal? Nein, nein Nein, das ist ein anderes Ja, das ist ein anderes Ja, das ist ein anderes, irgendwie Frage Wie kriegen wir Ape da rauf? Oh Du hast kein Mudaken Er war kein Mudaken Bist du auch jetzt so nicht? Oh, scheiße Wir haben ja geguckt, wie groß meine Daten eigentlich werden Oh, 2 GB Sogar über 2 GB Ach komm, ich überzähl jetzt 1 Minute 1 Minute und nicht länger Jetzt hat mich der Reiz gepackt, es zu schaffen Haha Okay, während einer Kamerafahrt kann ich nicht wechseln Na schön, dass es jetzt allgemein wieder funktioniert So Sind wir hier Mit Munch und Ape an anderen Seite Diesmal geht's eben in der nächsten Folge Bis denn, euer Kastellata haut rein Wir sehen uns das nächste Mal wieder in Munch-Alysee Winkelwinkel, ciao und tschüss Und haut rein, tschüss Und lassen gefällt mir da dein Abo Und tschüss Ich sollte aufhören zu betteln Ah